Du leidest unter hohem Blutdruck, hast vielleicht auch Probleme mit deinem Blutzucker, hast keine Energie, bist ständig müde, vielleicht hast du auch dazu noch Probleme mit deinen Muskeln, zum Beispiel in Form von Muskelkrämpfen, Muskelschmerzen oder auch Muskelschwäche. Dann ist dieses Video sehr interessant für dich, wir schauen uns nämlich einen bestimmten Mineralstoffmangel an. Mein Name ist Tobias von Knob und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit und dieser Mineralstoff lautet Kalium. Das Problem ist, dass in den heutigen Ernährungsweisen meistens sehr viel Natrium enthalten ist, aber nur sehr wenig Kalium. Das heißt, die meisten Menschen nehmen einfach zu wenig Kalium zu sich und dabei ist halt sehr wichtig zu wissen, dass Kalium das allerwichtigste Elektrolyt im Körper ist. Warum das so ist, das erkläre ich dir jetzt. Zunächst einmal auffällig ist, dass der Tagesbedarf von Kalium bei ca. 4700 Milligramm liegt. Kein anderer Mineralstoff oder kein anderes Elektrolyt braucht eine solche Menge im Körper. Und das hat damit zu tun, dass Kalium unheimlich wichtig ist für die Energieerzeugung im Körper. Das hat zu tun mit der sogenannten Natrium-Kalium-Pumpe in den Zellen. Und das sorgt im Grunde immer für ein gutes Gleichgewicht zwischen Natrium-Ionen und Kalium-Ionen. Und man hat festgestellt, dass ungefähr 30% der Energie aus unserer Nahrung eigentlich für die Funktion dieser Natrium-Kalium-Pumpen aufgewandt wird. Das bedeutet, dass Kalium eine essentielle Rolle bei der Energiegewinnung spielt. Und welche Strukturen im Körper brauchen sehr viel Energie? Natürlich deine Muskeln. Und dazu zählt natürlich einmal die Skelettmuskulatur, aber auch zum Beispiel die Herzmuskulatur und auch die glatte Muskulatur zum Beispiel in den Organen, aber auch in den Gefäßen, in den Blutgefäßen. Wenn dieses nicht optimal funktionieren kann, weil einfach auch die Energie fehlt, dann kann es sein, dass es zu Störungen kommt und damit zu hohem Blutdruck. Genauso lässt sich dann auch dieser Symptomenkomplex für die Muskulatur erklären. Wenn die Energie fehlt, kann deine Muskulatur nicht mehr richtig funktionieren und das macht Beschwerden. Um dir noch einmal die Menge, die eigentlich dein Körper täglich braucht, bewusst zu machen, ist dieser Vergleich interessant, Bananen werden immer als gute Kaliumquelle bezeichnet und Bananen haben ungefähr 300 Milligramm Kalium pro Banane. Wenn du jetzt überlegst, du brauchst eigentlich am Tag circa 4700 Milligramm, dann musst du verdammt viele Bananen am Tag essen, was wiederum nicht so gesund ist, weil Bananen auch sehr viel Zucker enthalten. So, ich hoffe, dieses kurze Video war interessant für dich und hat dir nochmal einen neuen Ansatz gegeben für deine Selbstbehandlung, was das Thema hohen Blutdruck, Muskelbeschwerden, vielleicht auch erhöhten Blutzucker angeht. In Zukunft kommen auf jeden Fall noch mehr Videos, wo wir mehr auf das Thema Kalium eingehen. Dieses Video sollt ihr einfach erstmal das Thema bewusst machen und dir nochmal eine neue Lösung an die Hand geben. Falls dir das Video gefallen hat, dann hinterlass gerne ein Like und ein Abo, damit unterstützt du unsere Arbeit und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, tschüss!